Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Freunde hier des Modehauses Bruns. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und darum haben es sich Herr und Frau Bruns auch nicht nehmen lassen, Ihnen heute auf eine ganz besondere Art und Weise die aktuellen Trends zu präsentieren. Eine Mode, die sich aus den Einflüssen großer Laufstege in Mailand, in Paris und auch in Düsseldorf zusammensetzt. Eine Mode, meine Damen und Herren, die Sie einlädt zu einer kleinen modischen Weltreise. Mein Name ist Ursula Reitenbach und ich freue mich, Sie begleiten zu können. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020